Das Loten ist vorbei, das Loten ist vorbei, das Loten, Loten, das Loten ist vorbei. Jetzt geht's gleich wieder weiter, es geht gleich wieder weiter und Arvoreen, dein Einsatz. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Folge Borna Letzt 2 mit dem guten Quasi Wiese. Hallo. Ich muss, ich sag einfach nur Hallo, weil ich hab ja schon so einen. Okay, das Loten ist doch noch nicht vorbei. Hier ist noch ein bisschen Munition für Arvoreen, weil der hat immer... Du bist ein Pisser. Ja, mit der Muni habe ich hier immer ein paar Probleme. Ich kann hier auch... Aber ich kann halt... Wir nehmen es immer alles, außer meines Naipa. Aber sonst nimmst du alles und nach ein Gefecht... Ja, komm mal hier, komm mal hier, hier ist Naipa, okay, da ist Naipa voll, hm, brauche ich nicht, also nehme ich nenne. Obwohl du groß... Das ist ungewöhnlich. So, weiter geht's weiter. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sichert haben. Immer hier ein Spirit of the Hawk. Hey Mama, hey ja Mama, hey ja Mama. Das hier sind... Oh, Alter, das hält was aus. Warum muss ich hier schon wieder nachlassen? Wo, wo kommen... Alter, uuuh... Alter. Ja, 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 ja. Ist sie tot? Ja. Willst du mal nachfragen? Bist du tot? Ach, guck mal, die Dicken... Die mögen sie auch nicht. Bei... Dann lass sie doch ein bisschen fighten, oder? Oh Gott, das war so ein... ja ich will mich auch nicht treffen lassen von dem Vieh welche sagt ja ich muss ich verballer hier extrem viel schuss ich muss 335 ja das wäre jetzt eigentlich dann wieder deine deinen dings weil du hast mir hier sniper immer hier 335 schild bist du wieder dran wir lassen sie mal falten leute so jetzt ist vorbei und jetzt bin ich dran alter die treffte auf dem kopf oder so weiter geht es hier die weg springen also die waffe ist schon geil die ist echt cool also wenn es feuer ist es meins ne ich vermag hier in den kopf seit die 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 piste geschichte halt so leute wenn dann kommt jetzt raus nicht dass wir wieder hier loten oder wieder aufhören wollen weil wir hatten mich gerade in diesem fall wir haben ja aufgehört wollten hier schnell loten und dann kam noch mal geführte 50.000 wieder raus ich warte was du machst ob du das ja aufhebt oder nicht wenn ich dann nehme ich ist es nämlich ich habe mich immer noch nicht angewöhnt zu werfen das ist genau das was ich mache so jetzt ist bei mir selber als sniper voll aber aber den netze ich kann alles aufnehmen aber ich habe doch ein schade kann mehr munition tragen ja aber nur von einer hand also ich habe auch sniper einmal hoch gepusht ich kann ja wirklich in den korn nehmen ich kann ja wirklich in den korn nehmen da ist noch was sorry leute ja ich hab's auch gerade gesehen da leuchten hier ist schon eine Musikion warum läuft hier einmal hin wenn bei mir alles voll ist dann brauche ich doch keine Musikion ja da hat mich mal kurz hast du gerade einen guten zoom saßen und die pickel zählen also langsam geht mir das mit noten auf den sack einer ja es ist es gehört aber dazu zu bauern es ist die klappe ich will Was ist denn so'n Tutschein, Mann? Geh ne mit dem hier. Der ist tot. Boah, was musst du tun? Was war denn nur mit ihrer Hand, Alter? Oh, Vorsicht! Die Tür lock ich nicht! Das ist ja schon so nah! Mann, ich zoome! Das ist bei mir noch Kilometer weit weg. Steht hier neben dir und du schneidest es nicht. Die Tags von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion so leuchtet. Oh, was? Und wo stand die denn nur rum? Ich schieße jetzt hier nicht gerade alle meine Monitor raus. Ist kein Problem. Ich stehe ja nur rum. Sag mal, einen kann ich nicht mitnehmen. Ich habe wieder keine Muni, Alter. Ist echt krass, die Waffe hoch. Ganz ehrlich, da hole ich eine neue Waffe. Ne, die macht ja verdammt viel Schaden. Aber wenn du 300 Schuss hast und du machst pro Schuss nur vier weg, dann kannst du, ein Mathematiker da draußen, kannst du... 30 Mal schießen, ja, der ist vorbei. Richtig. Soviel zum Mathematiker. 30 Mal? 30 Mal? Wie viel kannst du da mitnehmen? Äh, weiß ich nicht. Ich bin nie wirklich voll. Was sehe ich denn da links? Wenn du da aufmachst guckst, siehst du noch links unten. Da habe ich 44 Schuss von 60. Ich darf maximal 60 mitnehmen. Ich kann nur 200 mitnehmen. Ja, und wie viel Schuss hast du da rüber? Oder wie viel? Munition? Ich habe 87 gerade. Das sind 20 Schuss und die sind schnell weg. Wurfte ich was erklären? Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders zehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Hier sind wieder so eine kacke Lackenviecher, oder? Oh, okay. So schnell geht das? Ih, 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 Ih. Der ist resistent. Scheiße, der ist resistent. Aber gegen meine Waffe war er nicht resistent. Hat uns meine Waffe gerade den Arsch gerettet? Meine macht schon Schaden, aber gegen Feuer war sie resistent. Waaah! Hey, war keine? Das ist voll gemein, wenn du ranzoomst und du siehst, das Ding ist 5 Kilometer groß. Ah! Du hoffst zu springen, hoffst. Ich stürb genau. Okay. So, hier ist ganz viel Munition für dich, falls du brauchst. Achso, du campst nur unten? Okay, okay, okay. Wo ist viel Munition? Links oben. Hoppala. Der hier gerade runterkommt. Der hier runterkommt? Oh, okay. Dann muss ich doch da mal ganz kurz rum. Au! Oh, fasses Fass! Oh, Gott. Oh, was? Hä? Okay. Okay. Ich stand vorm Fass und ich hätte fast das Fass angeschossen. Ach, da ist noch sehr viel Munition. Oh ja. Vorsicht, hinter dir ist irgendwas da oben. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab den Schatten gesehen. Oh, da ist es. Okay. Fuck, Alter, das... Hier, dann kommt irgendwann auch nach oben. Hoppfeuerfien ist tot. Oh, da kommt noch eins. Oh, das hat... Das spuckt mich ja an. Kein Wunder. Das ist Nase. Oh, hast du mich gerade als Nase bezeichnet? Ja, hab ich. Du Nase. Boah, fuck. Den hab ich nicht mitgekriegt, dass der hinter mir war. Hat meine Handvolle Waffen, wo ich keine Positionenprobleme habe, dein Arsch gerettet? Das würd ich jetzt nicht sagen, also. Ich glaub, du solltest lieber meine Waffen haben, weil meine, ne, hat keine Position. Also, die verbraucht keine Position. Nein, schaff dich nicht. Schaff das schon. Nein, gleich ein Skillpunkt eigentlich gekriegt gerade? Ja, haben wir. Habe ich. Dann machen wir hier. Ja, wenn wir hier wieder Pause haben. Chance auf kostenlose Munition. Ach, Pause. Ich hab schon die Skills. Wie sie auch, weil ich skills muss. Ich kriege ihn auf einmal nicht. Und warum sind die auf einmal so viele wie auf der Karte? Also, du siehst nur einen, ne? Du ballerst den an. Und auf einmal hast du wieder 50.000... Ja, so viel spawnen ja jetzt. Oh, die treffen immer noch nichts. Sieh sie wieder nicht. Ach, doch, da oben ist es auch noch. Hoppala. Oh, 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 oh. Ah, wo renn ich sowas vor? Wer bist du denn jetzt? Ach, da hinten. Ja. Ja, puste mir in mein Mund, puste in mir. die leute ist es ist nicht das erste mal dass ich dir okay das sieht interessant aus hier alles sicher naja noch bis wir der nächste wir die nächsten türen kommt hier ist aber money oder bist du voll jetzt einfach money brauche ich wirklich da ist hier hinten und da drüben auf der anderen seite war glaube ich auch müssen die sniper money ja hier und da drüben auf der anderen seite hatte ich auch schon brennt auch unbedingt ein stimpie das habe ich aber leider nicht hier von ganz schön groß hier ich bin jetzt kürzlich hat geradezu wo 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 dos du wer quell virtually da wie Lass ich den. Okay. So, ich hab jetzt nur 6 live. Das ist schon wieder so ein dicker Sacknasen-Typ da hinten. Ah ja, Knacker, komm! Molotow! Okay, da ist ein Dach. Molotow ist hier oben. Was geht der denn? Einfach so. Ach, jetzt hab ich mich schon wieder unsichtbar immer an der Dach. Molotow bringt ein bisschen was, ne? Ja, die bringen was. Okay, wenn sie sie treffen sind. Zeigt er sich wieder, yeah! Baby, komm, die kann ich jetzt mal. Wup, 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 wup! Okay, hier hinten sind Simpacks. Also da war er geradeaus. Glaub ich, oder? Das rote da? Ja, 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 ja. Dass du hier wieder alles einsammeln kannst, ne? Ja, 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 ja. Lauf mal vor, weil ich kann nicht nach vorne laufen. Weil dann sammle ich die wahrscheinlich ein. Was ist das hier? Ja, das hier sind's. Hier nimm mal die Waffe noch mit. Ich kann nicht, ich bin voll. Waffe ohne das Ding hier. Vielleicht nimm noch mal die Waffe. Wenn du keine Monitie mehr hast. Ja, brauche ich nicht. Was brauchst du denn nicht? Na, verkaufen. Aufnehmen, weg, mitnehmen und verkaufen. Ey, ja, schreib... Ey, schreib ich nicht an. Ich bin sensibel. Geld machen. Weil ich jeden Abend... Tut zwar manchmal ein bisschen weh, aber... Da kann ich auch zwei Tage nicht sitzen. Hier hinten gibt's Munition. Und Waffen. Aua! Wo sind wir denn schon wieder hin? Ja, wo wir hin müssen, ne? Ja, mach so leid, ne? Die Marikasch gerade. Ich mach mal nicht. Ich mach mal nicht. Ich mach mal nicht. Ich mach mal nicht so viel, wenn du hier fünf Jahre brauchst. Wie ein Scheiß Lupen, weil du keine Waffe hast. Weil du keine Waffe hast. Die einfach mal... Scheiß Musiken brauch. So Leute, das musste jetzt mal raus. Dann halt nicht, dann nehm ich das hier halt alles selber mit. Dann halt nicht, dann nehm ich das hier halt alles selber mit. Kisten. Kannst du auch noch machen. Okay, bei dem mach ich nicht so viel Sch... Scheiße. Du musst die anderen Waffen nehmen. Mach ich kaum Schaden. Das ist die Scheiße. Mit der Waffe... Okay. Also Sniper ist gegen die echt kacke. Weil, äh... Und wenn sie überfeuern. Ja. Oh, ich ne. Ich brauch null Sniper. Lalalalala... Oh, tschuldigung. Wenn's drauf ist. Sorry. Was hast du hier rülpst? Ja. Ich... 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 So, wir sind bei 5 von 7. Das... So, wo müssen wir... Wo müssen wir eigentlich... Wir müssen da hinten hin. Alles klar. Na dann Abmarsch. Echt jetzt? Da sind noch Kisten. Amo. Ich hab... Ich hab... Boah, halb voll bin ich. Passt schon. Das ist es. Das verstößt das Vorhabs. Sei vorsichtig, Freund. Mach dich auf jede Menge vollen gefasst. Okay. Ah, wo... Siehst du... Pluto ist kein Planeten. Siehst du, dass dir das nicht passiert. Was ist denn... Was ist denn los hier hinten? Oh. 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 Komm zurück. Oh. Oh. Ist immer kein Bock die Waffen zu nehmen. Oh. Ah, da kommt noch was. Oh. Zum Glück. Zu Glück, es hab ein Dach über. Oh. 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 Hey, da fährt das. Die halten ganz schön das aus. Na? Oh. So, wir laufen hier richtig, oder? Ach, das macht keinen Schaden. War es schon wieder? Achso, war es schon wieder live verloren, wenn hier ein Typen da hinten stimmt. Oh, ist aber nett, dass hier so ein Ding ist. Das macht immer so viel Mut gerade. Oh, nicht runter gucken. Aber volle Kanderung, da? Echt? Aha. So, rein runter. Finde Firehawk. Super, ich habe 61 Leben. Knaller. Ich habe aber auch nur 110 Leben, also so ganz so doll geht es mir auch nicht. Kann ich bitte was kaufen? Ja, man kann es kaufen. Weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da, weg, da. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man's dem hat? Standpack, standpack, standpack. Voll. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Damit sollte dein inneres in bleiben. Oh, guck mal hier, Angebot des Tages, nimm mal mit. Du, du bist doch wieder dran, ich habe 325. Ach ja. Eins. SMG-Schutz. Klasse Sirene? Ach so, es gibt hier Klassenmods, aber auch nur für bestimmte und Zerker, bin ich leider nicht. Pistole scheu, schon. Sei vorsichtig damit. Aber ich habe das jetzt genommen bei mir, weil das brachte halt was, ne? Du bist doch Organspender. Nö, bin, bei mir ist bei, bei in rot gewesen. Das ist ein Klassenmod erhält, ein Klassenmods sind spezielle Objekte, die du eine große Bandbreite an Charakterstatistik positiv beeinflussen kannst, also seltene Klassenmods bringen, auch Bonus 6 zugebringt. Dass es so bleibt. Also für dich war eine Klasse dabei, ja? Bei mir sind bei beiden rot gewesen. Ich bin, ich bin so ein Grundsgar-Typ da. Ich habe keine mehr Schaden mit Handfeuerwaffen machen. Was natürlich mit der Waffe, die ich hier gerade hauptsächlich benutze, natürlich ganz geil ist. Neue Schild. So. So. Wer war die Folge noch beenden mit dem Tod von den Bösen? Ja, das machen wir jetzt definitiv. Bist du bereit? Warte mal. Warum rennt die weg? Ja, weiß ich nicht. Wir machen da hinten irgendwas. Hier ist nochmal Muni. Kannst du brauchst? Sniper? Bitte. Ah, das ist eine Granate, Alter? Wow. Oh, voll. Schade. Freut mich. Ich konnte. Na, wenn du mal nicht kannst, einer, das wundert mich. Das ist immer dann eine Sonderfolge. Ich kann immer. So. Oh, 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 oh. Alter, liebe Leute, Abo kann immer. Guck mal, der sieht uns nicht. Oh. Ähm. Dariel von Diablo 3. Ja. Hat sie gesagt Tackchen? T-A-G-C-H-E-N? Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland zum großen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Wie böse sah die Endgüter? Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufheffen? Ich habe wieder auf alle Fälle Tackchen. Komm, Abo, komm. Pass ihr Wuster an. Reha, miese. Reha, miese. Marek, Marek, Marek. Bin jetzt aufgeregt. Ich brauche eine kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Was? Stahlboxen? Stahlboxen. Ja, nehmt doch eh andere Abo, 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 Rehvel. Achso, ist voll. Nein, ich bin gut. Oh, Stahlboxen. Da ist Stahlboxen. Achso, das ist aber nur Gate drinne wahrscheinlich. Granaten sind bei mir voll, siehst du? Nee, ist nur ins Gegenstand. Okay, nehmen wir das ja wieder. Ja, das ist das Zeug. Gibst du es mir? Alter, kannst du dich selber lorfen? Achso, du bist ja... Du bist ja... Schwerver... Danke sehr. Sehr gerne, Paktchen. Oh, gehen wir ein bisschen weiter weg. Jetzt wird sie bestimmt richtig böse zum Zombie und dann sind wir hier wieder bei... Was haben wir da vorgespielt? Keine Ahnung. Ah, danke. Du willst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Komm, jetzt bist du wirklich größer als du. Haha, du bist so ein Winnie-Wie, Alter. Du bist so ein Winnie-Wie. Du bist so ein Klee-Wie, dann glaube ich, Sänger, ja. Okay. Jetzt wird's richtig lustig. Ich seh zu, dass ich ein Paar für dich phasee. Was denn jetzt? Weiß ich nicht. Oh. Ich bin nicht. Oh, wird gemacht. What the fuck? Was macht die hier eigentlich, Kerl? Keine Ahnung. Ich baller jetzt hier einfach so. Oh, nach, sieh. Hier gibt's morgen Schnee. Oha! Jetzt komm ich auch noch von der anderen Seite. Wuhu. Aktion! 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 Boom! Oh ich hab eine fremdrehe gefressen bekommen Auauauauaaumauauaua Jo ist der Abo! Er ist okay! Wo ist er? aijeijeije Und zack ist wieder Oh die ist auch wirklich die Waffe Na dann viel Spaß damit Echt? Brauchst du nicht? Nee ich habe doch mal ne Händ voll Waffe Alter, wird's... Scheiße, ist voll. Ich muss was ab... Hier, mach mal. Aber wie kann ich den wegwerfen? Kuh. Ah. Die bringt hier überhaupt King-Geld. Gerade mal 82, die bringt hier überhaupt King-Geld hier. Loll, loll, loll. Würdest du nicht wirklich mal meine Waffe ausprobieren? Da wirst du sagen... Alter, ist das geil. 69 Schaden macht. Boom. Ich könnte mit deiner Waffe auf jeden Fall was richtig Geiles machen. Und zwar meine Super-Attacke. Nämlich halt... Was ist das hier? Okay, das macht auch irgendwie mehr Schaden. Die Waffen sind ja auch nicht alle gar nicht so schlecht. Ich sammle mal kurz auf, ja? Einfach Handgranate mal reinwerfen. Ach, jetzt hab ich mich schon wieder unsichtbar gemacht, Mann, Alter. Mach das. BAM, Alter! Nein, die andere muss nicht nachladen. Ich lade hier sehr schnell nach. Oh, laden wir woher nach. Kein Problem. Kein Problem. Was? Nein, die andere muss nicht nachladen. Die muss wieder hier nachgeladen werden, aber ich lade ihn gleich schnell nach. Das habe ich gedacht. Wirst du aber auch hier zuhören? Was ich nicht so gut kann, weißt du doch. Boah, die machen wir jetzt hier ja einen schönen Schaden. Braucht langsam ein Stimpy. Du brauchst doch kein Stimpy, du brauchst einfach nur... Ich muss aber, muss ein Schild mal wieder auflaufen. Ja, aber Schild lädt da nicht mal heute auf morgen gleich auf. Also, so cool die ist mit ihr komischen Attacke, aber ich habe keine Ahnung, ob die was bringt mit denen. Ja, ich glaube, die bringt gar nichts, diese Attacke. Ne, hat er eigentlich nicht langsam so. Jetzt habe ich so überhaupt gar keine Muni mehr. Boah, der ist los. Und so'n Skybreaker, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Boah, gräb da an. Boah, sind jetzt zwei, Alter?! Leckner Marsch 4 in der Gäste und ich bin gleich da und ich bin gleich da zu viel es ist und die Krieg nicht gefolgt Schuss wo auch die ich komm 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 rada 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 doch Krieg kommen hätte ich noch ja das war gleich der nächste hier alter ist noch einer ich hab keine Muggi alter ist noch einer ja dann wechselst du auf eine andere ja ich hab ja davon sind es davon waren zwei gerade leer ja das ist unterschiedliche Muni alter ok der hat mich voll erwischt gerade das war scheiße ich hab den Boy ich holst du mir noch ein Stück iridium alter hier ist eine legendäre Defender Waffe alter keine Ahnung ich muss mal ganz kurz mal gucken was haben wir denn hier alles bild scheiße was das granate viele Waffen hier ok das können wir aber gleich gucken anscheinend haben wir das jetzt erstmal oder oder ja und das iridium nugget warte das nehme ich jetzt hier noch ich muss pipi Leute hier nimm das iridium nugget hab ich ja ja das ist das zeug gibst du es mir schon wieder war weg ist aber ganz schön süchtig sucht die Brot und jetzt zweite Runde bl 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 das muss ich jetzt erstmal äh oh die blaue Waffe hätte ich nämlich gerne hier die hier ihr seid die Kammer auf es sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend dank diesem iridium ich muss auch was wegschmeißen ich hab grad nicht also beraten wir wie wir meinen Freund retten ich muss mal das hier weg cool zack so die will ich auf jeden Fall aufnehmen so ok das war doch mal endlich endlich mal muss ich ganz ehrlich sagen eine spannende Folge war wieder ruhig wie gesagt wir versprechen euch nicht mehr dass wir sehr viel quatschen wie seht ihr wir müssen uns echt konzentrieren äh ne aber ich fand's cool ich fand's cool ähm nicht vergessen Leute ist dann da oben kannst du's gleich loben heute haut da rinsen mit dem grinsen bis zur nächsten Folge eurer Arvoreen und Queasyweasel tschüss